erstmalig findet in diesem jahr ein kinder halloween im ford fun statt heißt dort dann kitzowin an ausgewählten tagen ab 12 uhr nämlich am 17 und 18 sowie am 24 und 25 und letztmalig 31 oktober findet kitzowin auf dem horseshoe barbecue platz statt hier gibt es dann unter anderem stockfot backen sowie ein grusel labyrinth aus vogelsteuchen und mais für den dann familienfreundlichen halloween spaß kinder dürfen bis einschließlich zwölf jahre auch kostet in den park kommen als besonderes leibliches highlight gibt es an diesen tagen und kitzburger und kinderpunsch weiterhin können die kids beim kostenlosen trick-or-treat eine menge spaß im park haben und sich am ende eine kleine belohnung abholen der horseshoe barbecue platz befindet sich im übrigen ganz oben direkt am eingang bei der ersten achterbahn wenn dir dieses video gefallen hat freue ich mich über ein baum hoch ein abo meines kanals und wenn das auch nicht gemacht hast vergisst nicht die glocke und 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 und